Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 482 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe gehört, dass Rauchen schädlich sein kann, aber das ist mir egal. Ich habe gehört, dass Rauchen schädlich sein kann, aber das ist mir egal. Willst du auch eine Zigarette? Ich rauche gerne in Gesellschaft. Willst du auch eine Zigarette? Ich rauche gerne in Gesellschaft. Willst du auch eine Zigarette? Ich rauche gerne in Gesellschaft. Ich rauche nur eine Schachtel Zigaretten am Tag. Das beruhigt meine Nerven. Ich rauche nur eine Schachtel Zigaretten am Tag. Das beruhigt meine Nerven. Ich rauche nur eine Schachtel Zigaretten am Tag. Das beruhigt meine Nerven. Die Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Haben wir noch Batterien auf Lager? Die Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Haben wir noch Batterien auf Lager? Die Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Haben wir noch Batterien auf Lager? Ich war sechs Monate als Au-pair in Amerika. Da habe ich viel erlebt. Das Kind meiner Gastfamilie ist mir ans Herz gewachsen. Wir verstehen uns gut. Das Kind meiner Gastfamilie ist mir ans Herz gewachsen. Wir verstehen uns gut. Das Kind meiner Gastfamilie ist mir ans Herz gewachsen. Wir verstehen uns gut. Leider sind die sechs Monate in Amerika bald vorbei und ich fliege wieder zurück nach Deutschland. Leider sind die sechs Monate in Amerika bald vorbei und ich fliege wieder zurück nach Deutschland. Vielleicht bin ich nächstes Jahr wieder in Amerika. Ich habe mich zum Studium an einer Universität beworben. Vier Männer machen eine mehrtägige Bergwanderung. Alle tragen große Rucksäcke. Vier Männer machen eine mehrtägige Bergwanderung. Alle tragen große Rucksäcke. Das Wetter sieht nicht besonders gut aus. Es wird bald regnen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich bin schwanger und warte auf eine Untersuchung beim Frauenarzt. Ich bin schwanger und warte auf eine Untersuchung beim Frauenarzt. Ich bin schwanger und warte auf eine Untersuchung beim Frauenarzt. Wir brauchen Kohl, Kopfsalat, Karotten, Gurken und Rüben. Hast du alles eingepackt? Wir brauchen Kohl, Kopfsalat, Karotten, Gurken und Rüben. Hast du alles eingepackt? Eine Frau läuft frühmorgens im Park. Es ist Herbst. Auf dem Weg liegen braune und grüne Blätter. Außerdem bin ich für den Betrieb unserer automatischen Bewässerungsanlage zuständig. Außerdem bin ich für den Betrieb unserer automatischen Bewässerungsanlage zuständig. Wir haben erst gestern gebucht. Heute fahren wir in den Urlaub. Dank unserer Kreditkarte können wir uns hier alles leisten. Ich trage die bestellten Pflanzen und Blumen zur Kasse, wo der Kunde wartet. Natürlich mag ich diese Stadt. Hier verbringe ich jedes Jahr meinen Urlaub. Natürlich mag ich diese Stadt. Hier verbringe ich jedes Jahr meinen Urlaub. Wir schauen uns die Planungen noch einmal genau an. Hast du noch irgendwelche Vorschläge? Wir schauen uns die Planungen noch einmal genau an. Hast du noch irgendwelche Vorschläge? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann... Musik 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 Vielen Dank.